Gucken wir mal, dass wir die lässigen Schuhe vielleicht noch voll bekommen. Da ist aber immer die Frage, wie teuer das natürlich ist. Deswegen kaufen wir die jetzt so stückweise ein. Dann haben wir nämlich möglichst viele Schuhe. Ich glaube, die Stiefel schaffen wir nicht. Ich glaube, Stiefel sind zu teuer. Aber wir schaffen, glaube ich, den Rest auf 10 zu erhöhen. Bei den Heels bin ich mal gespannt, ob das noch reicht. Oder ob das jetzt zu teuer wird. Die sind zu teuer. Ich habe es fast gedacht. Weil die Heels sind nämlich leider die teuren Sachen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall die rausnehmen, wo ich weiß, dass wir die neu eingeführt haben. Und vielleicht können wir so ein paar wenigstens bestellen. Perfekt, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Jetzt machen wir hier rigoros, wie bei den anderen auch, direkt überall die zwei Schichten hin. Ich weiß, dass das für manche kritisch werden wird, wie da für manche Tage. Aber das muss jetzt einfach so sein. Ich glaube, meine Mitarbeiter haben keinen Bock. Ich kann es leider gut verstehen. Wenn man sieht, dass in anderen Läden der gleichen Firma das anders gehandhabt wird, kann ich verstehen, dass man dann angepisst ist. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, ich setze das jetzt sowieso erstmal einfach rigoros durch. Auch wenn das vielleicht nicht smart ist, das weiß ich auch. Aber da wir jetzt dann laufend immer neue einstellen. Haben wir dann hoffentlich relativ zügig alle Schichten besetzt, sodass das Ganze funktioniert. Weil so haben wir natürlich jetzt tagweise, muss ich einfach sagen, tagweise natürlich Bullshit. Also bei Erwerbung ist es nicht so schlimm. Bei manchen, bei Verkäufern ist es natürlich richtig doof, wenn die natürlich dann nur ein Verkäufer da ist. Ähm, wenn jetzt nur, wenn man einfach keine Werbung gemacht wird, weil Marketing halt nicht da ist, dann beeinflusst das den Laden ja jetzt nicht so krass. So. Ähm. Einstellung bitte. Nur einer ist ein bisschen sehr wenig, Leute. Ich brauche dich. Mein Gott. Ähm. Guck mal, du kannst auch gleich zur Kasse oder zu Verkäufern gehen. Ich würde dich aber, äh, muss ich mal gucken, wie das mit meinen Verkäufern aussieht. Am Dienstag, na guck mal, dann machst du Verkäuferin am Dienstag von 11 bis 19. Das ist doch schon mal schön. Starte um 11. Beende um 19. Deine Arbeit. Dann machst du eine Pause um 15 Uhr. Dann arbeitest du den ganzen Tag als Verkäuferin. Und du musst am Dienstag da sein. Perfekt. So. Jetzt kommt ein nicht so schönes Gespräch, fürchte ich, weil ich werde meine Tagesmanagerin. Ähm. Ja. Du bist zwar schon super lange da, aber deine Werte hier sind halt leider grottig. Das kann so nicht weitergehen. Nicht, wenn du so jemanden hast, der sich richtig gut damit auskennt. Äh, Riccardo, du darfst natürlich gerne. Ähm. Guck mal hier, ich schicke dich mal zu einer Schulung. Das ist doch auch mal schön. Hast du mal ein bisschen was. Ähm. Das ändert aber nichts daran, dass du den Laden abgibst. An, äh, Riccardo. Denn der sollte tendenziell qualifizierter sein. Ja. Ich hab sogar, das mach ich sonst nie am Plädoyer gedrückt. Was soll ich denn machen, ey? Riccardo, es tut mir leid, aber guck mal, deine Qualifikationen und, wie wär's, wenn du den... Komm, du bist doch auch schon so lange hier. Du, wenn das so weitergeht, lass ich den Laden halt bei Nora. Ich mein, die hat grad ne Schulung, vielleicht wird die dann ja besser. Komm, wir gucken mal. Wir lassen den Laden mal bei ihr. Riccardo hat jetzt Pech gehabt. Wir gucken mal, was die Schulung gebracht hat. Ja, ich weiß. Manchmal Q ist natürlich kein Optimismus, weil die natürlich nix verdienen. Ist halt so. Und das ist 13. Waren das nicht immer noch mehr Prozente? Vielleicht wird das ja noch was. Bei Jonas müssen wir auch mal auf ne Schulung gucken, vielleicht. Ja, komm, ich benutze jetzt die kleinen Lehren als Experiment und schicke die dann auf Schulung. Und dann mal gucken. Ähm, wie viel machst du jetzt hier plus Technikladen? 1.800, das ist okay. Das ist richtig gut. Also die Läden laufen ja richtig gut sogar, Tatsache. Das finde ich richtig gut. Ähm. Ich würd sagen, wir gehen ins Hauptquartier. So, Manager-Übersicht. Wir haben keinen Konzernleiter, wir haben keinen, wir haben, da haben wir alles nicht. Okay. Da haben wir auf jeden Fall 368 pro Tag, verdienst du momentan. Okay. Da haben wir gar keinen mehr. Die arbeitet halt einfach billiger, aber das ist... Ja. Puh. Andererseits möchte ich jetzt nicht den Fehler machen, zu früh Manager einzustellen. Weil wenn ich zu früh Manager einstelle... Ich hab halt Angst, dass mir das alles um die Ohren fliegt, wenn ich das jetzt mache. So. Deshalb seh ich das ein bisschen kritisch. Jetzt gehen wir erstmal in diesen Laden rein. Der auch leider sehr, sehr traurig ist, ja. Aber was soll ich machen? Hier wird jetzt bald auch... Bald bist du auch gefüllt. Es wird nur ein bisschen dauern. Ähm. Vielleicht können wir Jonas mal auf eine Schulung schicken oder so. Und dann müssen wir... Ja, zu kündigen halt meine Manager im Hauptquartier. Ich kann's nicht ändern. Ich werde keine neuen einstellen. Ähm. Wir werden nämlich gleich... Prompto den... Wir werden jetzt Sachen machen, die ich selber noch nicht so gut durchdacht habe. Aber wir machen das. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ähm. Deshalb hab ich nämlich jetzt keine Lust mehr hier so rumzudümpeln. Und zu sagen, ja, wir machen jetzt hier einfach mal irgendwas. Und wir kümmern uns jetzt da so mega tierisch drum. Wir werden bei Elegantia Nora... Ich weiß nicht, ob das... Wir gucken mal, was die Schulung bringt. Ob die Schulung was bringt. Weil wenn Schulung was bringt, dann kann sie natürlich den Laden behalten. Ähm. Und sonst... Läuft hier alles. Tatsache. Soweit erstmal ganz gut, würde ich behaupten. Klar brauchen wir Mitarbeiter ohne Ende jetzt wieder. Ähm. Da muss ich echt noch überlegen, wie ich das mache. Aber irgendwie klappt das schon. Irgendwie. Ja, Louis, kauf mal ein bisschen schneller ein hier. Ich möchte eigentlich nicht zu lange in diesem Laden sein. Hier werden wir jetzt als nächstes die ganzen kleinen, kurzen Hosen... Weil wir sind ja einfach alle aus dem Sortiment, die es gibt. Die werden wir gleich einfach alle ins Mindestbestelllager reinhauen. Und hoffen wir, dass es passt. Danach werden wir auf die langen Hosen gehen. Ähm. Um den Hosenausgleich zu schaffen. Und dann ist das hier schon alles voll. Danach gehen wir auf die... Schuhe. Und danach gehen wir auf die... Pullover, glaube ich. Ich denke, das ist eine richtige Reihenfolge für diesen Laden. Ähm. Damit er auch langsam voll an wird. Weil natürlich ist der so auch echt traurig. Muss man einfach leider so sagen. Ähm. Aber was soll ich machen, ne? Damit haben wir auf jeden Fall einen Plan. Für die nächsten Streamers. Und ich glaube, das sind gute Pläne. Denn wir haben... Wenn ich das jetzt richtig... Also wenn ich jetzt... Wenn mein Plan funktioniert heute noch. Also wenn ich das noch schaffe, was ich heute mir noch so ein bisschen vorgenommen habe. Ähm. Dann sind wir in dem Stream sogar noch weitergekommen, als ich ursprünglich geplant habe. Was aber nur funktioniert, weil wir das heute so gemacht haben, wie wir das gemacht haben. Ähm. Und uns so ein bisschen um die Tagesmanager gekümmert haben. Mal ein bisschen sich uns mit Schulungen beschäftigt haben. Ähm. Und die Läden einfach mal so ein bisschen laufen lassen haben auch. Ähm. Dann können wir nämlich im nächsten Stream vielleicht sogar uns schon um die Manager kümmern sogar. Ähm. Was ich natürlich super, 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 super begrüßen würde. Ähm. Und wie gesagt, da wird er jetzt sowieso auf das andere Arbeitssystem umsteigen. Hoffe ich, dass unsere Mitarbeiter insgesamt zufriedener werden. Ähm. Was ich aber, glaube ich, schon relativ gut erreicht habe. Ähm. Nico, mach mal bitte eine Pause. Mir ist gerade aufgefallen, dass es hier nicht so gut geht. Boah, ist das eine Aktion, ey. Wenn man so kleine Fehler macht für das Unternehmen, ist das manchmal so krasse Auswirkungen, ne? So, über die man gar nicht so nachdenkt. Es ist so what the fuck. Ähm. Aber es ist okay. Okay. Finn, ich seh das. Hä. Aber ist nicht schlimm. Alles gut, Finn. Mach dir keinen... Ich werde dich jetzt da deswegen nicht rausschmeißen oder so. Alles gut. Du kannst ganz beruhigt weiter an der Kase stehen. Wir werden dich da hoffentlich... ...an der Position lassen können. 16. Zack. Hopp, 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 hopp. Schnelle arbeiten. 17. Finn! Finn gibt auch Rabatte hier. Finn, ich habe zwar gesagt, ich akzeptiere das. Aber das heißt nicht, dass du es einfach ausnutzen musst, ja? Danke. Ich habe doch vorhin gesagt, dass wir nach Hause gehen, oder? Ja, und der Schneiderladen war auch ganz gut zu funktionieren hier. Das freut mich ja sehr. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Jonas vielleicht auch eine Schulung geben. Und wenn die Schulungen das halt echt rausreißen vielleicht, ähm, dann muss ich noch überlegen, ob ich jetzt wirklich äh, Nora den Laden wegnehme, oder also ob sie die Führung abgibt. Weil sie hat ja den passenden Nachfolger leider sogar schon in ihrem Laden arbeiten. Ähm, also für sie ist das richtig doof, dass ich, dass ich jetzt da die Auswahl habe. Da müssen wir mal gucken. Muss ich mal gucken, wie ich mich da entscheide. Weil ich finde, 900 ist zwar, ich akzeptiere das für so einen Laden, aber ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer akzeptiere, wenn die Schulung nicht so viel bringt, und kommt Nora halt ins Hauptquartier. Ähm, wenn die Schulung was bringt, dann behält Jonas den Laden auf jeden Fall auf ewig. Äh, weil dann wird Jonas ja denke ich von den Minus 5, die er momentan hat, auch relativ gut abgegradet werden. Klingt hart, wenn ich das so sage, aber es ist ja so, ne? Ähm, und deswegen, ähm, wird Jonas dann halt einfach den Laden behalten. Und das ist dann denke ich auch okay. Wir nehmen natürlich die letzten Verkäufe noch mit und beenden den Tag jetzt. Ich weiß immer noch nicht, was anderes ist, aber ich akzeptiere das. So, wie viele Kündigungen? Neun. Mia möchte mehr Geld. Freien Tag gebe ich sofort. Freien Tag gebe ich auch sofort. Wie gesagt, die freien Tage gebe ich sehr gerne. Eine Kündigung ist auch akzeptabel. Das sind zwei Kündigungen, Nico und Annika. Das ist natürlich doof. Und Mia möchte, guck mal hier, dass ich dir einen freien Tag gewährt, obwohl du gekündigt hast. Das ist natürlich auch gut, ne? Ähm, so, du hast gekündigt, du bist krank, das interessiert mich nicht. Du hast auch gekündigt, das ist aber okay. Mia möchte baldige Neuverhandlungen. Alles klar, Mia, äh, da wollen wir nochmal gucken. Jonas, du bist, äh, das will nicht meckern. Das passt doch an. Guck mal, du hast auch fast das erreicht. Ne, Jonas, du bleibst mal schön. Du bleibst auf jeden Fall Manager. Mia, du möchtest mehr Kohle haben. Äh, Gehalt neu verhandeln. Sehr gerne. Du bekommst mehr Gehalt, das ist nicht so das Problem. Und auch hier machen wir jetzt, äh, ja, so ein bisschen das rigorose ähm, System einfach, dass wir hier die freien Tage einfach verteilen, ähm, damit dieser Laden das Konzept komplett umsetzt. Einfach auch. Weil ich hab mir dieses ja nicht, ich hab mir das ja nicht einfach, hoppala, nicht einfach so ausgedacht, sondern ich möchte natürlich, dass meine Mitarbeiter, ähm, einen vernünftigen Rhythmus haben, und es denen danach auch gut geht. Nach der Arbeit. Die sollen ja, die sollen sicher ja nicht kaputt arbeiten. So, leider gebe ich jetzt meiner ganzen Sicherheit, glaube ich, gerade frei, kann das sein? Ja. Das ist natürlich, äh, kritisch. aber okay, vielleicht kann ich gleich den Sicherheitsmensch hier einstellen. Ähm, aber wie gesagt, so ein paar Sachen möchte ich einfach direkt jetzt auch umgesetzt haben. da haben wir das schon, da haben wir das auch schon. Bei dir machen wir das natürlich jetzt auch. Äh, äh, bei euch machen wir das sowieso. Vielleicht hätte Nico das gerettet, wenn ich ihn einen Tag eher, sozusagen, das, äh, geändert hätte. Ähm, manchmal ist ein Tag bei sowas ja entscheidend. Ähm, hat er jetzt leider Pech gehabt. Der Arme. so Mindestlager, Herrenbekleidung, Hosen, kurze Hosen. Ähm, ja, wird jetzt sehr, sehr voll werden hier. denn wir nehmen natürlich es ist richtig stumpf, einfach alle kurzen Hosen, die es gibt, ins Sortiment auf. Wie ich einfach jetzt einfach so alles durchgehe hier, obwohl ich das auch schon noch drin habe, teilweise, ne. Aber ich glaube, so ist das einfachste, wenn ich einfach hier einmal so, da muss ich nicht darauf achten, was ich schon habe und was nicht. So, wo habe ich jetzt aufgehört. So, Bestellung, Mindestlager, kostet auch nur 315. Ist also nicht so viel. Haben wir gemacht. So, Leute einstellen. Auch nur eine. Also, einer ist immer ein bisschen wenig, finde ich, weil, ähm, das Schöne ist, ist eigentlich egal, was du machst, ich brauche dich. Ähm, und zwar machst du dann Sicherheit bitte. Ähm, Wann brauche ich denn meine Sicherheit? Dienstags. Und zwar machst du bis zählen, danach ist halt dann mal keine Sicherheit da. Was soll ich denn machen, ja? Ich fülle jetzt von vorne auf. Du musst am Dienstag dann da sein. Und du machst deinen ganzen Tag die Sicherheit. Okay. 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 So, fertig. Fertig, fertig in die Laden. Ja, ich weiß, mein Konzert ist halt im Moment... aber ich kann an meinem Hauptquartier noch nichts ändern, Leute. Es tut mir selber so leid. Ähm, 800, das ist, 400, das ist zu wenig, Leute. Ich kann nicht schon wieder bei dir in den Laden reinkommen, leider. Ich würde es gerne tun, aber ich kann es nicht. Ich muss nämlich hier diesen Laden auch irgendwie noch am Laufen halten. und den Konzern ja auch. Ähm... Das ist alles irgendwie nicht so einfach. Und weil mich meine ganzen Läden sowieso schon so schön beschäftigen, holen wir jetzt aus den Läden, aus den großen Läden. Die kleinen Läden sind ja... Die brauchen das Geld noch. Ähm... schön das Geld raus. Ja. Der großen Läden, gerade du müsstest eigentlich massenhaft Kohle haben. Ähm... Und bei... Selbst bei Aatrox in dem Laden müsste eigentlich ein bisschen was zu holen sein. Dann wollen wir ja mal gucken. Ähm... Bin ich in den falschen Laden gegangen? Ach nee, du hattest gerade deine Kredite so teuer abgezahlt. Ich erinnere mich. Ähm... Ja. So. Ich weiß, der große Aatrox-Laden braucht eigentlich auch noch das Mindestlager, aber das ist jetzt halt Pech für ihn, dass er der große Laden ist. Denn wir kaufen einen weiteren Laden. ein bisschen Das ist ganz schön. Und... Untertitelung des ZDF, 2020